Herzlich Willkommen! Moment mal! Den Satz wollte ich doch eigentlich lassen! Verdammt! Ich glaub hinter mir steht ne... Ja ne... Da steht ne Tante. Leonardo! Etio? So ein Glück! Ich... Ich hab hier ein kleines Problem. Mal sehen ob ich helfen kann. Ich weiß wie man es repariert hat, aber nicht die Kraft. Könntest du den Wagen anheben? Was ist das für ein Ding? Sieht aus wie eine riesen Fledermaus. Nichts, nur eine Idee an der ich arbeite. Ich konnte sie nicht vergessen. Wofür ist es? Nun, ich sollte nicht darüber sprechen. Ach, zum Teufel! Ich halte das nicht aus! Etio? Ich glaube, ich habe herausgefunden wie ein Mann fliegt. Komm, ich fahr! Aber ich hab doch noch nicht mal gesagt wohin ich will! Jaja, es geht halt ab. Leonard ist kurz schon nach Venedig fahren. Das können wir! Das schaffen wir! Ich hoffe es! Venecia, so eine schöne Stadt. So viele Inspirationsquellen. Ponte de Rialto, Piazza San Marco, La Senale... Sch! Was ist? Wir sind nicht allein. Was geht hier vor? Wer sind die? Rodrigo Borgias Männer. Warum? Was wollen sie von uns? Ich denke, sie wollen unseren Tod. Leonardo, versteck dich! Ich glaube eher, sie wollen seinen Tod. Oh! Fuck! Scheiß! Nur noch falsche Richtung. Und hinab mit euch! Das war knapp. Das war knapp. Oh! 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 Wow! Müsste der Teil nicht schon längst umfallen? Oh! 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 wartet das wird jetzt moment burnout ich feuer noch mehr feuer slalom fahren durch die mitte durch und wieder durch die mitte verdammt ich sag doch wir fahren heißenreif go 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 gleich geschafft nein nein geh weg geh weg böse böse geh weg hinab mit ihr gleich geschafft hoffe ich weg 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 nein ich sag doch doch fast geschafft boah ey weg 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 wir wollen mich richtig ich treffe dich später wieder Na kommt her Scheiße, das ist so ein riesen Kerl Geh mir nicht auf die Nerven Und hoch mit dir Geh weg, geh mir nicht auf die Nerven Geh mir nicht Geh mir nicht auf die Nerven Geh mir nicht auf die Nerven Geh mir nicht auf die Nerven Geht weg. Na los. Mein Timing ist geschissen. Na los. Schaffst du es? Na endlich. Zehn Schläge gekriegt, ein Feind tot. Gut, der Große ist schon mal weg. Der nächste ist auch nur noch drei. Hä? Was war denn das? Achso, meine Rüstung ist... Das hat normales Leben, ein bisschen rot. Hä? Na, die Schuhe waren noch rot. Na ja, egal. So, ne? Mein Pferd. Dass es gleich einsatzbereit ist, wundert mich. Warum das dann nicht gleich abhaut? Hey, wieder ein Part geschafft. Näh, ein Akt. Rennen freigeschaltet. Auftragsattentate. Kuriermissionen. Schläge-Reihe. Schläge-Reihe. Es geht weiter. Ach, ein Siegel. Ein Siegel. Ein Siegel. Ein Siegel. Ein Siegel. Auf zum Siegel. Auf zum Siegel. Ich will absetzen. gut so dann schwimmen wir dahin also tauchen warum mit dir kannst du gar nichts so auf zum siegel das ist auf jeden fall ist es hier drin rein schwimmen ach da ist es und hinein ich hasse origins ich will das immer auszuschreiben naja so und hina ins vergnügen bin ach so ich wollte eigentlich da so schräg rühren wenn es so geht dann machen wir die Versuche ach die haben auch nichts zu tun bei meine Freunde das war knapp ach so ach so egal ob w auch ich ich auch ich auch ich 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 noch komm schon die haben aber auch langeweile meine freunde bei orange ich meine andauernd wenn sie ein spiel und starten neues das kann schon an langeweile meine wenn ich mir ein server ausgesucht habe dann bleibe ich da auch und apropos ich glaube ich spiel die einzelnen ihr wisst ja also ich fange noch mal vor vorne so spiel also die alle haben battlefield und da suchen sie sich in meinen server aus starten das spiel und werden das habe ich auch bekehlt und ja das spiel ich auch singleplayer und ja anscheinend haben sie immer langweilen starten das spiel wenn es macht ihm wohl sehr viel spaß ab dich sagte ich meine namen exzio lancio ne was sagt er immer lancio ist er tot bist du jetzt tot Und was versucht ihr? Ach, ihr versucht zu sterben. Das finde ich gut. Ihr hättet mir auch ruhig die Arbeit abnehmen können, indem ihr euch selbst tötet. Aber auch gut. Also, hier hoch, würde ich mal sagen, und dann da hoch. Denn, das sieht dann auch aus. Oh, nee. Das sieht nach Zeit aus. Ich hasse Zeitmission. Die kann ich nie leiden. Ich weiß, ich hab's geschafft. Aber trotzdem, ich hasse die Mission. Weiß nicht. Warum? Vielleicht, weil man sich da keine Zeit lassen kann. Wie ich das hasse. Immer auf Zack-Zack. Kann man sich nie Zeit lassen für die Gegner. Immer auf Hochtouren. Oh, ja. Das macht keinen Spaß. Zeitmission sind sowieso der Müll. Na gut, bei Rätseln kann ich's ja verstehen, aber... Wenn man... Gegner töten soll und das auf Zeit... Na, ich weiß nicht. Bei Rätseln verstehe ich das ja. Zum Beispiel Entschärfen einer Bombe. Verstehe ich. Alles gut. Alles gut, Kumpel. Ich hab dich schon nur umarmt. Jeden, den ich umarme, stirbt. Lieg's an mir? Schon wieder. Schon wieder ein Toter. Nur, weil ich ihn umarmt hab. Jeden, den ich umarme, stirbt. Der Todesumarme. Jetzt in ihrem Kino. Oh, da war ja einer. Oh, da war ja noch einer. Na, komm her. Ich bin im Busch. So, hab ihn vergewaltigt. Ich bin der Pädobär. So, das sieht doch dann auch aus, oder? Ich glaub schon. Ja, hier sind wir richtig. Ja, so war es aber nicht geplant. Das geht auch nicht. So, was trinken. Und ja, ich bin in diesem Part. Hoffe ihr hattet viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.